Hallo so Leute, oh, sorry Leute, sorry, es tut mir leid. Das war ganz schön laut. Ja, das wollte ich nicht. Ein bisschen leiser. Ich wünsche euch einen guten Tag an alle Zuschauer. Wir spielen heute Mario Kart mit Neo, Manu. Hallo. Wie heißt du, dritter Mann, dritter, vierter Mann? Der Mango. Mango. Hallo Mango. Hi. Und hallo Zage. Ah ja, der ist Mango. Mal schauen, ob ihr flüstern könnt, wenn die Map kommt. Ganz ruhig. Ich lasse dich flüstern. Ey, Josh. Zage nicht so laut. Ich drehe durch. Die Map ist auch scheiße. Nicht so laut. Mango. Ja? Wir spielen übrigens 200 CCM. Das wird lustig. Aber pscht, das darf keiner wissen. Und wie geht es euch so? Gut und hier. Oh Gott. Aber ich hasse den Map. Doch nein. Ha, ihr Naps. Das sind alles Naps. Ich bin trotzdem erster. Ich letzter. Kennt man doch irgendwo her. Nee, aber du lässt jemanden zum ersten Mal 200 CC spielen und der ist vor dir? Als ob der zum ersten Mal 200 CC spielt. Hab ich nicht gesagt. Ah! Oh, das ist dreckig. Oh, nicht eine Rode. Oh. Ich dachte eigentlich, die kommt auf mich. Ja, noch eine Rode. Easy. Gibt halt noch eine. Könnte dir auch noch eine geben. Oh, warum falle ich denn jetzt schon wieder runter, ey? Da spielen mal zwei und keine Mago-Karte. Oh, ich fall schon wieder runter. Mit diesen zwei Kurven hab ich's aber auch echt. Ich fall hier aber auch extrem oft. Ja, natürlich. Ich seh noch nicht mal mein zweites Item, weil mein Bildschirm scheiße steht. Das ist aber auch echt eine eklige Strecke zum Start. Das merke ich auch gerade. War ein Fehler von mir. Wer hat die eigentlich ausge... Achso. Manu, hast du gerade meine Rode abbekommen? Nee. Nicht? Was ist denn das für ein Scheiß? Der ist ein Gläufer in mich reingefahren. Ich. War vielleicht gerade ein bisschen ein dummer Move. Ja, genau. Zahn kriegt einen Stern auf zwei. Ist das eigentlich dein Ernst? Ja und? Ich fall trotzdem runter und so, ey. Wer fährt denn schon wieder? Und ich fährt schon wieder runter. Hier, friss mal den Grünen. Nee, nee, nee. Manu. Was? Ich bin bei diesem Spalsflug da hoch. Bin ich rechts rausgeflogen? Nein, Fünfter. Nein. Oh, ein goldener Pilz auf zwei. Das Item lag ist bei mir. Aber ich fall die ganze Zeit runter. Ich seh. Komm schon. Wo ist denn der Manu? Ah, da geht's nicht wieder. Hatte ich gerade irgendwie vor dem Vorsprung? Nein. Och Mann. Wie sieht das denn aus? Dritter war es trotzdem gut. Alter. Man guckt auf die Map. Man guckt auf die Map und sieht einfach nur so. Leck das jetzt? Oder warum bleiben gerade alle stehen? Und auf einmal bewegen sich wieder alle. So, ach, okay. Leck Ende. Oder alle fahren einfach wieder auf der Strecke und sind nicht mehr draußen. So, jetzt machen wir mal mit einer Strecke weiter, die ein bisschen besser ist, ne? Also klar. Ah, Neo. Neo, jetzt seht ihr aber weit aus dem Fenster, ne? Ich hab aber auch schon wieder eine Woche nicht mehr gespielt. Ja, ich auch nicht. Letztes Mal auch. Also ich sah ja zwei Wochen nicht gespielt. Ja, du bist trotzdem besser als ich. Ja, das ist schon immer ein bisschen traurig. Das letzte Mal hab ich 150 CCM gespielt. Mit Mango. Ja. Der vor dir war übrigens, ne? Hat mich selber verwundert. Es lag an der Strecke. Es lag nur an der Strecke. Eigentlich bin ich gut. Papa. Fustanfall. Guck mal, wir haben das schon wieder geregelt. Ich hab mir das Gefühl, dass mein OBS gerade das Spiel so ungefähr in 10 Sekunden Verzug aufnimmt. Das mitteste Sekunde Verzug gerade. Warum auch immer. Eine halbe Sekunde ist aber normal. Eine halbe Sekunde ist normal, aber kein Gefühl ist eine Sekunde. Ja. Sorry Leute, falls ich einen riesen Verzug habe bei mir. Die Leute, die bei mir kommen. Das ist richtig so. Heißt, man wird erst gespoilert, dass du eigentlich schon verloren hast und die Leute denken, ob du gewinnst. Oh, wow. Ach man, was ist das denn? Was war das für eine Banane, ey? Vorher reingedriftet. Wow, man, du wolltest mich gerade mit der Bombe holen. Ja, neulich. So dicht seid ihr. Ja, da war ich so ein kleiner Atem-Täter, du. Ich dachte, Zarge wäre der Bärtige. Was soll ich mir da tröte, Mann? Sag nichts, beim letzten Mal weiß ich noch, dass ich eine Tröte als letzter bekommen habe. Komm her, Zarge, ich tröte dir ein. Das ist doch mal was Vernünftiges. Nein, oh, fuck. Super gemacht. Ich tröte auch gerne. Ja, weil ich dich ausgelacht habe, bin ich dir auch runtergefallen. Ja, das war wohl ein gutes Karma. Scheiße, verdient. Das ist noch nicht mal die Karma-Strecke. Warum ist Josch überhaupt erst da? Das finde ich ja echt lächerlich. Ich fahre, jetzt mal ohne Witz. Wer klappt mir hier andauert die Items? Ich. Ja, ich, hallo. Nein, das eben nicht, aber da rein ist, finde ich ehrlich gesagt nicht so geil. Bist du gerade stehen geblieben, Mann? Nein, ich bin runtergefallen. Bei mir schon ist es einfach auf der Stelle, das ist auch voll lustig. Ich darf jetzt mal erst verzögert jubeln wegen dem Delay bei mir. Warum kriege ich denn jetzt auf einmal drei Rode als Zweiler? Ja, nein. Ja, das finde ich auch nicht. Was kommt? Ich habe Manu in der letzten Runde noch geholt. Das finde ich gut. Spannender Dreikampf um den letzten, ne? Um Podestplatz. Seh das mal optimistisch, es geht um den dritten. Hat dich irgendwie keine Rote erwischt? Desync. Mich nicht, mich nicht. Zagespräch nicht mehr. Mango. Hör was? Ja. Warum spielst du keine Mango? Was soll ich denn da mal nur noch spielen? Als ob Dicke nicht reicht. Mango muss da rein. Ey, Josh, deine Forschung finde ich jetzt aber nicht ganz gut. Ey, wir sind gerade nach zwei Rennen gefahren. Ich glaube, wir müssen chillen. Alter, chill mal, Junge. Chillt mal auf Base ein bisschen. Für Josh fährt man eine Runde rückwärts. Ich bin schon der Einzige, der im Yoshi-Teil immer aus Prinzip die erste Abbiegung rechts fährt. Er muss aber wenigstens alle drei Runden da fahren. Ja! Du kommst ja mit den Items schnell wieder nach vorne, weißt du? Ach, komm, Zage! Ja, Josh, fahr da ein bisschen rein, dass du nicht doch schon mal lecker schmeckst. Weckl, schmeckl. Hast du das eben, Josh? Jo. Hast du dich gerecht? Ich fahr jetzt erstmal nach vorne, ja. Oh, jetzt muss ich mich auch beeilen. Komm zurück. Ach, komm schon, der Bounce da an der Seite. Mann! Geht mir doch die ganze Zeit so scheiß Bumarangen! Das war aber knapp an den Bumarangen, du. Oh Gott. Ja, das hilft mir das, wenn Neo mit 1000 Roten ankommt. Und ich die Trojter auf vier kriege! Ah, nee, drei. Neo ist runtergefallen. Ah, Neo hat wieder Rote. Was soll das denn? Ich mag die Roten. Leck mich. Die sind Tool. Uh, der Boost. Ah, ja, noch eine Runde. Wieso krieg ich eigentlich vorne blauer ab, wenn ich Erster bin? Oh nein, ich fall runter. Nein! Oha! Lag es ernst? Fast schon zu ernst? Ach du Scheiße, ich hatte ja vorher Vorsprung. Warum hat der Josch jetzt... Ach, komm. Mann, 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 Mann. Alles verspielt hier wieder, ey. War so kurz hinter der Josch. Du hast mich ja lange genug aufgehalten mit deinen Kackroten, ey. Ich kann ja noch Erster werden, ne? Alles ist noch möglich. Nein, es kommt gleich wieder der Zage-Move nach dem Rennen. Oh, jetzt ist halt der Erster. Damit kann ich leben. Auch Mango kann noch Erster werden. Nee. Wollte dir wieder die drei Punkte vorerst. Doch, auf Babypark ist alles möglich. Ja, ich hab diese Folge gesehen. Aber ich hab das nochmal... Ich hab's ja geschnitten. Doch, das Prinzip muss ich jetzt die Wolken... Ja, ey. Du weißt, was auf der Wolkenweg passiert. Ach, Mann. Das ist doch mal was Verlüchtiges. Das ist doch mal was Vernünftiges. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Ja, das ist immer so ein bisschen Lucky-Sache. Doch, das ist was Vernünftiges. Das ist alles, wie läuft die erste Runde und kommt ne Blaue. Bist du erste Runde vorne, dann bleibst du vorne. Außer man hässst Neo. Ja, okay. Du bleibst ja, dann bist du zur ersten Kurve erster. Nicht mal das hab ich geschafft. Neo lenken dich die kleinen Kinder hier ab. Schon wieder eins, kommt schon wieder das gleiche Temp. Die lenken mich hier immer noch ab. Die lecken ihn ab. Du hast daraus falsch gemacht. Ich kann's immer noch nicht verstehen, dass die mich so ablenken hier. Das ist... ...mir alles zu viel. Als ob die Rote mich trifft, obwohl ich Zweiter war. ...Ibims gewesen. Und dann krieg ich als letzter ne Krüge! Was soll das? Manu, bleib doch mal stehen. Nein. Bleib doch mal bitte stehen. Nein. Ich mag die nicht da vorne sehen. Ich dachte, wir wären Freunde, Neo. Ja, gewesen. Natürlich. Ach, Mann. Können mich doch alle mal. Ibims der Erste. Ich wollte doch auch mal gewinnen. Oh, es ist knapp gewesen. Als Sage. Also, ehrlich. Damit kann ich leben. Damit kann ich leben. Hä? 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 Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.